Der Aufsteiger aus Berlin sorgte am dritten Spieltag für die bisher vielleicht größte Überraschung der bisherigen Bundesliga-Saison, als die Borussia Dortmund mit 3 zu 1 besiegten. Außerdem gab es einen Punktgewinn in Augsburg und drei Niederlagen, alle aber gegen gute Teams wie Leipzig, Bremen und Leverkusen. Jetzt müssen wir natürlich die nächsten zwei Spiele vor der Länderspielpause in der Liga und damit geben wir recht noch im Europapokal am besten gewinnen. So gehen wir die Spiele auch an, weil wir natürlich auch sehr ambitioniert sind. Der Punkt war wichtig für die Moral, auch für das Selbstvertrauen, dass man wieder ein Erfolgserlebnis hatte. Von daher klar, die Marschroute in Berlin wird sein, dass wir dort hinfahren und gewinnen wollen. Der Schweizer Urs Fischer spielt gerne im offensiven 4-3-3-System. Da die Taktik beim Saisonauftakt gegen Leipzig in die Hose ging, stellte er auf ein 4-4-2 um. Die Spielweise Fischers dürfte für Adi Hütter aber nichts Neues sein, denn Fischer und Hütter kennen sich sehr gut. Fischer war zwei Jahre Coach beim FC Basel und besiegte unseren Trainer schon viermal. Neven Subotic wechselte im Sommer ablösefrei vom französischen Erstligisten AS Saint-Étienne an die alte Försterei. Der zweifache deutsche Meister besticht durch einen vorbildlichen Charakter, robuste Abwehrarbeit und jeder Menge Erfahrung. 27 Einsätze in der Champions League sprechen eine deutliche Sprache. Zwar flog er gegen Werder Bremen mit Gelb-Rot vom Platz, gegen unsere Eintracht ist er aber wieder spielberechtigt. In den bisherigen sieben Duellen im DFB-Pokal sowie in der zweiten Liga verloren unsere Adlerträger kein eines Mal gegen Union Berlin. Das letzte Aufeinandertreffen gab es am 26. März 2012. Damals gewann unser Team mit 4 zu 0 an der alten Försterei. Bitte am Freitagabend einfach nachmachen, Adlerträger!